Wo? Ah! Gib mir den wieder und jetzt fall um! Ah, da ist noch einer. Gib mir das! Das wird das letzte, was du tun! Er ist tot. Wer könnte es sein? Ich bin tot. Ich bin tot. Wtf? Wie soll ich denn gegen den? Keine Chance. Fuck! Oh Mann! Ernsthaft? Wie kann ich denn jemanden töten, der so ein... Oh Gott! Gott! Kotzt mich das an gerade! Ja, los! Was? Baaah! Kann ich hier hoch springen? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! PAS! Oh, you know that guy in the wheelchair, don't you? He's the one who cooked my raps. I'll tell you where he went if you patch me up. Okay, und jetzt greift er mich an. Okay. Okay. Na, danke. Oh, snap. Nein. Doch. Arschloch. Please don't let me die. No, no. No, no. Ich muss mir doch irgendwie durch mein Klettern Vorteil verschaffen können, oder nicht? Ah, guck mal, da sieht man aber noch meinen Schatten. Da kann ich wahrscheinlich nicht rüberspringen, ne? Ne. Ne, das ist mir zu gefährlich. Der Fett ist bestimmt ein Endboss, für den ich alles an Munition brauche. Was ist jemand da? Ich will sie! Ihr Zeitpunkt! Da ist ein Gun, grab ihn! Geh ihn, bitte. Geh ihn, ich helfe ihn. Ich helfe ihn. Das ist die letzte Sache, du machst. Fuck that shit Oh Oh Hey, something moving Let's take him Guys, look out Please don't let me die So, dann schleiche ich mal los und hole mir alles wieder an Pfeilen Is someone there? He's dead Oh, good Oh, sweet Coming at us will be the last thing you do Gott, ey Tut mir leid, dass ich gerade so wenig rede, aber Ach, leck mich doch Ich frage mich gerade, ob der Typ wirklich irgendwie hier hochkommt Ähm, da Hey, wo bist du? Er ist doch hier hochgelaufen, oder nicht? Oh man Scheiße Fuck Fuck Oh, wie kann ich mich nur so dumm anstellen dabei? Ja Ja Ja, das ist der Fette Aber wo ist der Große? Oh, wie kann ich mich nur so dumm anstellen? Ist jemand da? Warte, Dali! Das ist ernsthaft? Ernsthaft? Das war's? F**kt euch! Äh... Oh ja, stimmt! Ah, das geht's! Mei! Oh, schön! Ach nein, auch das noch! Okay. Oh, schön! Nur noch eine Kletterpassage! Oh, schön! Wird du hier? Ja, sicher bin! Dann hang on tight, und ich will dich auf der Bote! Das ist gut, für mich! Das ist gut, für mich! Das ist gut, für mich! Zack. Hoch da. Ja. Ja. Ganz ruhig. Ist es das? Wahrscheinlich ist es das. Seine Destination ist ein Settlement, nennen Sie Port Siena. Aber wo ist Henry? Port Siena. Wie weit ist das? Sie sagten, wir werden da in zwei Tagen sein. Also ich glaube, es ist nicht nah. Aber wir haben schon einige Nachrichten erwähnt, dass sie es vorhin erwähnt haben. Sie haben Suppe da und die Erde ist viel cleaner. Ja, okay, aber wo ist Henry? Das ist, was May braucht. Es muss Linda sein. Während wir warten, war das Boot näherlich von einigen Leuten mit Schäden. Los geht's! Wir würden alle gerne, dieses Ort so weit drüben wie möglich. Ja. Was ist mit Henry? Das erste Mal! Oh yeah! Hurry up! It's time to go! Are you coming? No, May. I'm not. But, why not? I just can't. Not until I found Julie and Mary. I left them once before. I can't do it again. Besides, Henry's still out there, and I'll bet he needs my help. Then take this to your daughter. She might eat it. Aww. Thank you, May. I'll make sure she knows it was from you. Thank you for everything you did. Take care. You'll find them. Julie. Ooh. It's gonna be okay. If you're still here, I'll find you. I promise I... I'm gonna find a way. ...to make it up to you. Oh, no. Nein. Wurden wir getötet? Und warum wurden wir get... Oh. Ja, okay. In 5 Stunden und 36 Sekunden durchgespielt. Das ist natürlich... Das ist okay. So, was steht... Spielvorschriften. Ah, ja, ja, ja. Haben wir, ah, ja, ja. Opfer? Hm, ja, ja. Mut. Das Spiel im Modus Haudegen spielen. Haben wir nicht gemacht. Hohe Moral. Sie haben keine Ressourcen von Unschuldigen gestohlen. Plus 5%. Kannibalismus. Sie haben Menschenfleisch gegessen. Ja, haben wir doch, oder nicht? Ja, okay. Jetzt kommt der, äh... Allseits bekannte Abspann. Joa, das Spiel war ja dann doch irgendwie... ...stellenweise packend. Muss man schon sagen. Stellenweise war es wirklich... ...ein gutes Spiel. Es war okay. Es hat Spaß gemacht. Die Kletterszenen hätten... ...dynamischer gestaltet werden können. Auf jeden Fall. Ähm, das Kampfsystem finde ich nach wie vor noch... ...finde ich gut. Also, fand ich so noch nicht. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, das ganze Spiel hätte auch weniger gut funktioniert... ...mit so einem, zum Beispiel... ...Batman Free Flow Kampfsystem. Deswegen. Also, ich bin da schon echt, äh... ...das fand ich schön. Das war mal was Neues. Ja, Story. Hm. Ja, die haben sich jetzt keinen... ...keinen... ...zacken aus der Krone gebrochen... ...mit der Story. Das ist halt so so ein... ...man könnte fast schon sagen... ...so eine Standard-Endzeit-Story. So. Oh, ich muss meine Frau und meine Tochter suchen. Finde dabei aber noch irgendwen anderes... ...und helfe denen... ...und begebe mich dann wieder auf die Suche... ...nach meiner Frau und meiner Tochter. ...und überall sind böse Banditen, ja. Das Einzige, was mich jetzt das ganze Spiel über beschäftigt hat, war... ...was zum Teufel war das für ein komischer Typ... ...oder für ein komisches Vieh... ...auf der anderen Seite von dieser... ...von dieser Schlucht... ...da in der Stadt. Also, das, äh... ...ne? Das lässt mich einfach nicht los. Was war das? Also, also was? Was war das? Ich weiß es einfach nicht. Egal. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Let's Play. Ich hatte... ...durchaus, äh... ...spaßes zu spielen. Und hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Wenn euch das Let's Play gefallen hat... ...gebt einen Daumen nach oben... ...schreibt einen Kommentar. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt... ...dann auch einfach in die Kommentare damit... ...und dann passt dort. So, auf Wiedersehen! Es war ein... ...dann auch einfach. Wir sehen uns jetzt. Vielen Dank.